Weiter geht's bei Mario Kart 3 Custom Tracks. Pseidocliffs. Zeitfahren. Und dann. Ja, das war eine blöde Position. Eintorn. Kataboing. Kataboing! Oh, ja! Ja, wie soll man wissen, ne? Spielzeiten hätte man wenigstens auch ein bisschen anziehen können. Muss die Strecke drei Runden halten. Zwei wären mehr als genug gewesen. Ne, dieser einzelne Pilz ist ja noch in Ordnung. Da ist ja so ein kleiner Teaser auf das, was jetzt kommt. Aber, fuck my life. Okay. Das ging jetzt ganz gut von der Hand. Trotzdem ey. Das ist mal so eine riesen fucking Kurve voll im Ziel. Aber ich frag mich, wie lange noch die erste Reihe geht. Wir haben schon mehr oder weniger, ich weiß auch nicht. Also deswegen sag ich ja. Also wir sollten schon mehr Strecken machen, als ursprünglich geplant, mit den 8, weil wenn ich immer 8 mache, dann komme ich ja überhaupt nicht vorwärts. Wir sind immer noch in der obersten Reihe. Wir haben ja mit Pilz angefangen, dann mit dem Panzer Cup und dann immer jedes zweite in der ersten Reihe. Und wir sind trotzdem immer auch da. Wir haben noch nicht mal ansatzweise den Blumen Cup. Naja, bis zum nächsten Mal und ciao.